hallo ihr lieben heute ist wieder sonntag und es geht wieder los ihr seht schon ich habe gerade das resin angerührt und also das epoxy tarts ich habe euch beim anrühren nicht mitgenommen wie gesagt solltet ihr euch das noch mal wünschen dass ich euch da ein bisschen detaillierter mitnehmen und euch auch noch mal paar sachen dazu erzählen mehr detailliert dann gerne bescheid sagen und aber diesmal habe ich nämlich vor eine blume einzugießen ich hatte ja mit dem granulat letztens rosen und ähnliches eingegossen die quatsch erst mal getrocknet und habe auch schon ein projekt gehabt wo es halt in so eine herzform eingegossen habe was ich wirklich immer noch so schön finde und hab dann aber überlegt dass ich es halt auch gerne mal in so eine art lampe reinpacke und merke halt beim sprechen gerade beziehungsweise auch beim schneiden dass ich euch leider beim blick nicht so richtig mitgenommen habe ich kann euch aber erzählen was ich gemacht habe ich habe ein bisschen was angerührt und habe dann schon mal in die rose selber so ein bisschen epoxy tarts reingegossen damit halt so ein bisschen diese luft auch schon raus geht und dass ich da einfach so ein bisschen die luftblasen vermeide ich kann es schon vorweg nehmen ich habe es nicht komplett geschafft ich finde die bläschen die jetzt entstanden sind sind wirklich trotzdem echt schön also ich mag diesen effekt halt tatsache sehr sehr gerne ich habe übrigens dieses auch verschenkt ich habe es an meine nichte verschenkt weil ich glaube dass ihr das auch gefallen konnte sie hatte zu im september geburtstag und dadurch habe ich ihr das mit in ihre geburtstagstüte mit rein gepackt und genau also das war halt mein erstlingswerk auch wenn man wenn ich manchmal denke auch meine erstlingswerke verschenke ich nicht ganz so gerne aber hier habe ich tatsache sehr von herzen gemacht ja und dann habe ich nachdem ich ja in die rose was rein gegossen habe habe ich auch unten in die lampe was rein gegossen also in die form und habe es dann moment antrocknen lassen und ist so ein stück weit damit zeit nicht komplett hoch schwimmt ich glaube vielleicht hätte ich sogar noch ein bisschen höher gießen können was aber den effekt jetzt überhaupt nicht schlecht macht also dadurch ich habe es dann circa anderthalb zwei stunden trocknen lassen was ich jetzt da drin habe und habe dann noch mal komplett alles voll gegossen rückwirkend würde ich tatsache in mehreren schichten machen also in noch kleinere schichten also nicht nur in zwei aber das ist glaube ich lerneffekt weil es natürlich ihr müsst wissen der epoxidharz wird warm das ist eine chemische reaktion ich glaube das kennt jeder wer schon mal im unterricht aufgepasst hat genau also dementsprechend da wird sie einfach warm und das kann unter umständen eben auch kochen es hat jetzt nicht gekocht in dem sinne sondern es war halt wirklich noch alles gut im limit aber ich glaube ich hätte wesentlich mehr wärme verhindern können und genau also dadurch müsst ihr für euch dann so ein bisschen schauen wie hoch ist eure murmel so groß ist ja die 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 kugel jetzt an sich nicht die silikonform aber ich fand es halt trotzdem recht schwierig dann eben das ganze einschätzen zu können wie warm wird und dadurch würde ich wahrscheinlich in die zukunft gesehen das noch mal in kleineren schritten machen und ich werde es bestimmt auch noch mal machen ich habe vor so eine weihnachtskugel zu machen ich hoffe das kommt so dann auch rüber und ich kriege ein bisschen weniger luftblasen ansonsten ich nutze ja immer das epoxidharz resin vor dekor ist für mich persönlich immer noch das beste womit ich am besten klar komme was auch vom rühren her nicht schlecht ist da sind weniger luftbläschen dann beim rühren ich merke aber dass ich anfange schlampiger zu rühren ich muss also wieder mehr darauf achten dass ich nicht ganz so schnell rühre und weil gerade bei so einem silikonform lässt sich das auch ganz schwer wieder ausgleichen die luftblasen und ich glaube das war auch der grund warum da so viele kleine luftbläschen sind ansonsten ihr müsst darauf achten natürlich immer handschuhe zu tragen und eine maske ist wichtig ansonsten ist eben auch bei diesem epoxidharz wird das ganze eins zu eins gemischt das heißt einmal harz und einmal härter und man sollte sehr sehr gut durchrühren man sieht es wenn man es so normal erst mal rein füllt sieht sehr klar aus an wenn man dann anfängt um zu werden wird es milchig und man sollte auf jeden fall dass es dann wieder klar wird und das ist halt so ein bisschen wo man ein gespür für entwickeln sollte ich habe bisher nur ein einziges mal die situation gehabt dass es nicht hart geworden ist ich weiß nicht was da schief gegangen ist das könnte an der waage gelegen habe haben aufgrund dessen weil ich glaube dass die nicht mehr richtig gewogen hat weil da irgendwo ein defekt drin war und dadurch einfach dieses verhältnis nicht mehr gestimmt hat ja ansonsten wer mir schon ein bisschen länger verfolgt kennt meine vorlieben gerne wer das mir auch länger folgen möchte darf mir gerne ein abonnement hinterlassen und auch gerne einen daumen nach oben oder einen kommentar ich freue mich aktuell so riesig dass ich halt nicht nur bei den normalen sonntagsvideos immer wieder auch kollegen bastelkollegen dazu gewinnen kann die sich darüber freuen oder eben auch ich lade ja auch musikvideos hoch eben auch welche an der musikinteresse haben aber eben auch ich habe short videos die ich hochlade wo es im moment ganz viel meine mehr schweinchen geht um ernie und wert und genau also dadurch ich freue mich gerade immer sehr und über jeden abo nennen der dazu kommt und über jeden kommentar über jeden daumen nach oben das ist für mich sowieso was weiß ja so für mich aus liebe zum basteln und musik mache freue ich mich natürlich sehr ja ansonsten genau ihr seht schon ich habe noch mal ein ganz kleines bisschen angerührt gehabt weil ich das so ein bisschen noch vollfüllen wollte aber wie gesagt ich glaube ein bisschen mehr hätte ich schon noch machen können aber das ist immer wie gesagt so ein bisschen gefühlssache da tastet man sich so ein bisschen ran und ich bin froh dass ich mit der silikonform sehr gut klar komme ich hatte schon andere die so ein bisschen höher waren und ich dann immer das objekt nicht mehr rausbekommen habe also auch da ist das immer nicht ganz so einfach aber ich liebe diese spielereien halt gerade ich habe jetzt auch so andere sachen noch ausprobiert die videos kommen versprochen bei manchen stelle ich mich ein bisschen doof an aber auch da will ich euch das nicht vorenthalten ich möchte euch das halt auch zeigen damit ihr ungefähr wisst falls ihr das ausprobiert wollt mit womit ihr rechnen müsst oder sollte zumindest also ich kann euch zum beispiel beispiel geben ich habe jetzt die glas gravur angefangen und ich merke halt wie schwer das ganze ist weil das einfach so zittrig ist man muss so doll sich abstützen und es gibt momente wo es ein bisschen besser passt aber so ganz leider nicht und das ist so schwer also falls jemand davon euch ein tipp hat wie man es am besten macht gerne bescheid sagen ja hier seht ihr übrigens gerade dass ich so ein bisschen mir ist mein röschen so ein bisschen umgekippt und da musste ich so ein bisschen schauen dass ich das so ein bisschen gerade behalte und das war auch nicht ganz so einfach aber letztendlich hat es funktioniert sie ist eigentlich sehr sehr schön stehen geblieben dann und ja also dementsprechend dass eine möglichkeit mit zwei stäbchen das ganze dann wieder festzuhalten ich mache einfach gleich mal mein turbo an damit ihr nicht zu viel von mir und meinem gelaber bekommt dann seht ihr das einfach ein bisschen schneller auch das ergebnis und ich habe es euch extra auch noch mal so im dunkeln abgefilmt damit ihr auch die lampe dazu seht wie ich es gemacht habe also da kommt jetzt einfach wundert euch nicht der turbo kommt und ich hoffe dass euch das dann nicht zu sehr irritiert wie gesagt manchmal ist es einfach auch dass ich nicht weiß wie viel muss ich noch anrühren ich musste auch da noch mal nachrühren also mir epoxid tarts anrühren weil ich das nicht so richtig einschätzen konnte man hat mal gesagt dass man vorher die silikonformen zum beispiel mit reis oder ähnlichen auffüllen sollte dann hat man ungefähr das gewicht mir ist der reistatsache so ein bisschen schade also ich bin nicht so der typ mensch der mit lebensmitteln bastelt da tue ich mich ganz tolle schwer ich hatte vor einiger zeit mal so eine lava ja da war es auch mit reis wo dann die farbe reinkam und ich habe mich damit sehr sehr schwer getan jetzt unabhängig davon dass ich das die ja weiß hat ein bisschen schwierig fand das jetzt nicht dass ich es nicht schön fand sondern ich fand es für mich recht schwierig weil das jetzt unabhängig davon dass ich mir meine müßlich schüssel damit kaputt gemacht habe weil die farbe eben nicht mehr weg ging aber gut das war dann wieder eine andere sache ich habe jetzt also eine müßlich schale die ich auch zum basteln nutze aber wie gesagt ich tue mich so 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 schwer das ganze immer zu mit lebensmitteln zu machen ich packe ja auch gerne ich zeige euch da auch gerne immer mal dass ich auch mit lebensmitteln was machen kann aber eben halt nicht zum basteln geht anderen vielleicht anders für mich vollkommen okay ich bin vielleicht einzigartig keine ahnung aber wie gesagt ich tue mich da ein bisschen schwer das ganze dann zu machen ja und hier kommt die auflösung nämlich ich habe es dann aushärten lassen das war jetzt gar nicht so einfach weil oben noch eine dicke fette blase dann aufgetaucht ist und ich musste noch mal so ein bisschen korrigieren aber genau also und unheimlich schwer eben dass es halt raus geht aber ich finde dafür habe ich es wirklich ganz gut gemacht und nun seht ihr gleich das ergebnis und wie gesagt ich finde es ich finde schön und ich glaube meiner nicht da hat auch gefallen und dementsprechend ist das für mich schon ganz ganz viel wert dass sie da das auch von mir bekommen hat so hier ist mein blümchen und es ist klar als blume zu erkennen und gleich zeige ich euch auf jeden fall noch das ganze mit licht hier seht ihr auch also ich finde übrigens das granulat was ich zum trocknen genommen habe halt unglaublich schön weil die blumen die farbe behalten die bleiben so relativ gut auch in form was halt wenn man die zum beispiel unter auf kopf hängt irgendwie ist das glaube ich immer noch mal so ein bisschen anders und ja aber hier ist auf jeden fall auch der sockel das heißt da seht ihr wie dann das ganze auch aussehen kann auch ohne licht das ist so ein recht sparsames licht ist aber so ein led licht das heißt dass das gar nicht so viel strom jetzt verbraucht gerade zur heutigen zeit sollte man dann natürlich so ein bisschen auch schauen und ja ich habe so ein bisschen die strippe war ein bisschen kurz deswegen habe ich da so einen ganz kurzen moment gestruggelt aber ja dementsprechend seht ihr jetzt wie schön das aussieht jetzt seht ihr das gleich noch mal im dunkeln damit ihr da einfach so ein bisschen mehr ein gefühl dafür bekommt wie das wirkt und ich verabschiede mich auf jeden fall schon und wünsche euch einen wunderschönen sonntag und bis bald